Heute ist ein ganz besonderer Tag. Denn heute versuchen Nicole, Patrick Fritz und Sam, die Championship-Herausforderung zu meistern. Dafür müssen sie fünf Modis und insgesamt 15 Siege schaffen. Das Schwere ist aber, dass sie maximal vier Looses haben dürfen. Runde 1 – Juwelenjagd Runde 1 – Juwelenjagd Runde 1 – Juwelenjagd Bis zum nächsten Mal. 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 Runde 2. Runde 3. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Runde 2. Bis zum nächsten Mal. Runde 1. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Runde 2. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Runde 2. Bis zum nächsten Mal. 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 Runde 1. Runde 1. Bis zum nächsten Mal. 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 Runde 2. Runde 2. Bis zum nächsten Mal. 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 Und so, Bis zum nächsten Mal.